Bestrafter Geiz Dem alten Pfund gehörte früher das alte Lenkgieser Wirtshaus, das heute unter dem Namen Beim Neuwirt heißt. Er war ein steinreicher Mann, der nichts, aber auch gar nichts verschenkte, immer auf seinen Vorteil achtete. Beim Ausschank mit dem Bier sparte er nur mit dem Schaum nicht. Vor allem konnte er die herumziehenden Bettleute nicht leiden. Er speiste die Armen mit harten Worten ab und wies sie alle von seiner Tür. Auf einmal wurde der Wirt krank und lag ein volles Jahr da nieder. Niemand kannte die Krankheit. Es war gerade, als ob ihm jemand das Leben abbetete. So ging es ihm von Tag zu Tag schlechter. Da kam eines Tages ein fremdes Weib und fragte, Na, was fällt denn eurem Herrn? Als es von seinem Sichturm erfuhr, nickte es wissend. Er soll die Bettler nicht mehr anfeinden und die armen Schuldkinder ausspeisen. Dann wird es ihm gleich bald besser gehen. Widerstrebend folgten die Wirtsleute dem Rat. Aber siehe da, der alte Pfund wurde wieder gesund und erwarb sich im Dorf einen guten Namen bis an sein seliges Ende. Denn seitdem stand beim Neuwirt jeden Mittag ein ganzer Tisch mit gutem Essen für die Kinder angerichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020